Sehr weit voneinander entfernt. Das heißt, man hat sich da nicht jeden Tag irgendwie gesehen oder so, sondern das hat oft Stunden, wenn nicht sogar Tage gedauert, bis man vom einen Hof zum anderen gekommen ist. Das Leben muss extrem einsam gewesen sein. Wir sind lebende achte Geschwister gewesen und wir haben alles auf dem Hof gehabt, was wir gebraucht haben. Es war genug Milch hier, genug Butter, sogar man konnte Butter in Kisten verkaufen. Mit dem Kaffee verkauft und hier und wann eine Kuh, haben wir uns die Kleider, können wir selber kaufen. Der Reis, der Kaffee, die Fett und alles das musste über diesen Mautierpfad. Es hat ja keine Straße gegeben. Da hat man drei Tage braucht bis Huancawamba und noch einen vierten Tag bis Oxabamba. 120 Kilometer. Aber es war eine sehr anstrengende Strecke. Die Leute sind dann in Mautierpfad angekommen, voll Schlamm, dass man nicht einmal gewusst hat, wie die Kleider ausgeschaut haben. Ich habe diesen Weg 22 Mal gemacht. Das sind ganz seltsame Erinnerungen. Die Isolation hat praktisch 120 Jahre angedauert. Also immer wenn jemand aus Pususo hinaus wollte, musste er den schwierigen Weg in Kauf nehmen. Und die Lebensweise der Pususina hat sich dadurch oder in dieser Zeit fast überhaupt nicht verändert. Es hat einfach keinen Kontakt zur Außenwelt gegeben. Es ist ja eigentlich alles so geblieben, wie es am Anfang war. Das ist ja eigentlich alles so geblieben, wie es am Anfang war. Wenn man jetzt in Pususo lebt, vor allem in der Regenzeit, wenn so die Wolken ins Dorf einhängen, dann spürt man auch heute noch die Isolation, die man da in dem Ort erlebt. Das ist so weit weg von der nächsten Stadt, dass man einfach, wenn man da länger ist, dass man sich irgendwie eingesperrt war. Ich weiß nicht, ob es um die Leute selber auch so geht, aber mir ist es zumindest so gegangen. Mit der Fertigstellung der Straße 1975, ich glaube, das war so ein Wendepunkt und seitdem hat sich sehr viel für Pususo verändert. Mit der Straße war es jetzt möglich, Sachen zu exportieren, vor allem Rinder. Und dadurch hat sich die ganze Wirtschaft sehr, sehr stark gewandelt. Es ist auf eine intensive Viehwirtschaft umgestellt worden. Die Kühe sollen aus den Ställen rauskommen, sollen auf die Wiesen kommen. Und dadurch ist sehr, sehr viel, extrem viel Regenwald abgeholzt worden. Und das geht immer weiter. Also auch heute kann man das noch sehr gut beobachten. Es wird immer mehr Regenwald abgeholzt, immer mehr Regenwald geschlägert, um eben für die Rinder neue Weiden zu schaffen. Durch den Verkauf der Rinder ist sehr viel Geld noch Pususo geflossen. Und man kann sagen, dass für peruanische Verhältnisse Pususo richtig wohlhabend geworden ist. Der wirtschaftliche Aufschwung scheint jetzt allerdings vorbei zu sein. Der Fleischpreis ist im Keller gefallen. Das heißt, die Pususiner Bauern kriegen nicht mehr viel für ihr Fleisch. Und was wahrscheinlich noch schwerwiegender ist, sind die ökologischen Folgen der Abholzung des Regenwaldes. Das heißt, die Böden, die jetzt 20, 25 Jahre sehr intensiv genutzt worden sind, geben immer viel her. Und es ist fast kein Platz mehr in Pususo. Es gibt keine neuen Flächen. Und es ist irgendwie jetzt so ein toter Punkt. Man kann eigentlich nicht mehr viel machen. Und man muss irgendwie einen Ausweg suchen, wie man aus der Situation wieder herauskommt. Die Straße hat neue Möglichkeiten veröffnet und hat da sehr viel Veränderung mitgebracht. Es sind Leute von außen zugezogen, haben natürlich ihre Kultur, ihre Sprache mitgebracht, haben sich mit den Pususinern vermischt. Und dadurch hat das eine Entwicklung genommen und die hat Pususo sehr, sehr stark verändert. Also ich habe die Vorstellung gehabt, dass mehr Leute nur dort Deutsch sprechen und bin dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass die junge Generation spricht nur mehr Spanisch. Also Pususo hat einen alten Kern noch mit der alten Kirche, mit dem Museum und noch zwei, drei alte Häuser. Am anderen Ende ist aber, man kann sagen, ein neues Dorf entstanden, das eigentlich nicht mehr viel mit dem alten Dorf zu tun hat. Von der Bauweise, das ist schon sehr lateinamerikanisch. Es gibt auch teilweise schon sehr armselige Behausungen. Ich glaube, das hat es früher nicht in dem Ausmaß gegeben, wo man einfach schon sagen kann, also die Leute leben schon in einer extremen Armut. Das Verhältnis zwischen Auswanderern und Lateinamerikanern hat sich sehr stark verändert. Und jetzt ist eigentlich die Mehrheit lateinamerikanisch, also zugezogene oder zugeheiratete von außen. Von der Stadt kommen die Leute mit einer anderen Kultur. Von Hochland kommen die anderen mit einer anderen Kultur. Und diese teilsprachigen Ansiedler sind in der Minderheit. Und dann gibt es das eine Identitätskrise. Die Sprache hat für die Identität sicher eine sehr große Rolle, weil in Deutsch wird gebetet, in Deutsch wird gesungen, in Deutsch wird gespielt. Die Kommunikation erfolgt auf Deutsch. Und wenn das dann plötzlich wegfällt, da verfolgt sicher ein Teil von der Identität da. Und da die Verbindung zu Tirol, da geht ja auch über die deutsche Sprache. Das heißt, wenn der Teil wegfällt, die Sprache, verliert man sicher einen großen Teil von seiner Selbst. Unsere Leben, wenn wir klein gewesen sind, das ist ein bisschen schwer gewesen. Wir haben ganz wenig, wenig gespielt. Wir haben viel Arbeit in mir jetzt. Aber ich sage immer, das ist ein schönes Leben gewesen. Ich bin die Vierte von meiner Familie. Jetzt haben wir elf Geschwister noch. Und vor elf Jahren habe ich mir alles zuhelfen in das Haus. Die ersten drei Jahre habe ich in der Kitschschule gestudiert mit der Lehrerin Delfina. Und die anderen drei Jahre mit meiner Tante Karoline. Da sind wir auf Rheinland gekommen mit dem Pferd, mit dem Gaul. Eine Stunde morgens frühen und den Abend wieder zurück. Wir sind auch so geworden, als wie ein Österreicher. Wir haben die gleiche Gewohnheit gehabt wie die Tiroler. Im Haus haben wir immer Dialekt gesprochen. Bloß nachher sind die Arbeiter gekommen und sie haben uns ausgelacht, weil wir das Dialekt gesprochen haben. Und dann haben wir uns geschamt, haben wir angefangen an Spanisch. An schlechter Spanisch, aber haben wir Spanisch gesprochen. Ich glaube, es war besser gewesen, als wir Getschweil lernen, anstatt Spanisch. Die Tante Karoline, die hat die Kinder immer auf Deutsch entrichtet. Aber nach dem Zweiten Krieg haben sie das gelassen, weil sie das verboten haben, die veruanische Regierung. Und dann haben sie erst Spanisch lernen. Und das ist so schwer gewesen für die Kinder, weil die haben kein Wort auf Spanisch gesprochen. Jetzt in der Schule lernt man auf Spanisch alles. Und auch die Musik ist auf Spanisch. und die Musik ist auf Spanisch. Die ersten Wochen, die waren für mich extrem anstrengend. 20 Stunden da in der Klasse zu stehen, das war echt, also ich war am Anfang jeden Tag komplett fertig. Erstens schreien sie alle aus und zweitens mit einer unheimlichen Lautstärke. Also es hat mich einfach eine irrsinnige, lange Zeit gekostet, bis wir den Lernpegel ein bisschen dämpfen können und einfach normal miteinander reden.